Ja, moin moin, ich wollte mich noch mal melden, wir haben ja, oder ich habe eben die tolle Liga noch mal reingeguckt, also was ich immer gestern auch in meinem Video gesagt habe, es ist noch lange nicht vorbei, und wer das nicht glaubt, die Nörgler, wie alle, die haben ja Aschkelle heute, heute war noch ein schöner Tag, da gibt es ja gar nichts. Pauli verliert jetzt mal gegen Braunschweig, und was sagt euch das? Auf Manuel Winzheimer kann man sich verlassen, so sehe ich das, also, da können wir sorgt mal für Wohl, das Ding ist so lange nicht durch, nicht immer alles schlechtreden, wir müssen die Woche jetzt Gas geben, und dann ist alles von der Bar, und dann kann das Derby kommen, Pauli hat auch eine Deli, eine richtige Deli gekriegt, so sieht das aus, und der hat es dann auch verloren, es ist noch oben alles möglich, Aber wie gesagt, wir müssen jetzt aber unsere Hausaufgaben machen, und jetzt ist alles verloren, aber ich habe die Mütze wieder aufgehört, oder, dann klappt das auch, habe ich gestern nicht aufgehört, aber wie gesagt, es wird Manuel Winzheimer, alles Gute, hast du es wunderbar gemacht, und das Derby wieder unheimlich spannend, und so will Heldenpeter das haben, gestern noch zu Tode betrübt, und hol den Läste, ha, 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 alles Gute, Tschüssi, nur noch, ha, 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 ha Wir treten uns in meinem Video, alles klar, tschüssi, nur noch auf, ha, 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 ha,タsch, tschüss, tschüss.